Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen, meine lieben Abonnenten und Fans, meine lieben Zuseherinnen, meine lieben Zuseher, hier auf meinem Kanal Bernie Sebastian Reifer. Wie den meisten von euch schon aufgefallen ist, habe ich eine inzwischen viermonatige kreative Sendepause angelegt. Während dieser Zeit habe ich in Ruhe meinen Kanal nochmal angesehen und auch das eine oder andere Video, das ich bereits veröffentlicht habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass euch so Themen wie Sightseeing doch deutlich weniger interessieren als viel mehr Action und auch wenn ich mal Musik mache. Diesen Wünschen von euch komme ich natürlich sehr, sehr gerne auch nach. Und deshalb habe ich entschlossen, meinen Kanal neu durchzustrukturieren. Im Zuge diesem neuen Aufziehen meines Kanals habe ich auch mich dazu entschlossen, diesen Kanal umzubenennen, und zwar von Bernie Sebastian Reifer in Gosh, It's Bernie's World. Auf diese Weise bin ich deutlich breiter aufgestellt und ich kann euch viel mehr Themen präsentieren, die euch in besonderem Maße interessieren. Das wären zum Beispiel so Videos wie zum Beispiel oder auch Szenen wie diese hier. oder auch wie gesagt, wenn ich wieder mal Musik mache. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.